Ich habe ja eigentlich mein Berufsleben hinter mir und habe dann irgendwann gedacht, man müsste noch mal irgendwas anderes machen. Vielleicht ist es doch nur, um sich selber zu beweisen, dass man noch kann. My first African German Sausage. African German Sausage. Ich hätte mir kein Leben vorstellen können, wo alles 100% vorgezeichnet ist. Und ich finde es besser so.